so moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren rush royal video auf dem kanal der taker ja ein anderer youtuber würde sagen die ereignisse überschlagen sich wir haben heute ein kleines wichtiges breaking news video important es gibt jetzt auch schon eine offizielle meldung dazu und zwar haben es einige von euch wahrscheinlich schon mitbekommen dass das spiel tatsächlich nicht mehr im apple store zu finden ist wir starten mal hier nebenbei einfach ein game ja über apple store findet man momentan das game gar nicht mehr grund hierfür sind tatsächlich ja im groben und ganzen die sanktionen die ja gegen russland zurzeit in kraft sind wie viele von euch sicherlich wissen werden und my games ist ja tatsächlich ein russisches publisher sozusagen also da steckt am ende des tages eine russische firma hinter und der apple gründer oder die apple chefs haben sich dazu entschieden ja auch dieses spiel vom app store zu entfernen da waren heute schon einige gerüchte im umlauf sage ich mal wie geht es weiter was ist los und tatsächlich vor ja knapp anderthalb stunden glaube ja vor einer stunde ganz genau gab es tatsächlich die erste offizielle meldung dazu und da gehen wir gleich mal rein wir gucken nun mal kurz hier ob wir da auf die fünf reingekommen ich glaube fast nicht aber das gameplay hier ist heute tatsächlich auch ein bisschen zweitrangig liebe spieler russ wird seit gestern von apple gesperrt steht also nicht zum download und update im app store zur verfügung wichtig wenn sie russ bereits auf einem smartphone tablet oder pc installiert haben wird es weiterhin stabil und korrekt funktionieren ja die frage ist nur wie lange das ist die frage wir lesen gleich weiter zack 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 kommen glück und zwar ja während wir gemeinsam mit dem vertretern der plattform die gründe für dieses ereignis klären also bisher dachte ich die gründe stehen fest eventuell ist es auch nur ein bisschen fake news gewesen mit der sanktion empfehlen wir ihnen dringend die rush royal anwendung nicht von ihrem gerät zu löschen unsere experten tun ihr bestes um die situation so schnell wie möglich zu lösen in kontakt bleiben wir halten sie auf dem laufenden wie sich die ereignisse entwickeln etwas später erklären wir dir wie du deinen fortschritt speichern und bequem weiter spielen kannst ja also im großen und ganzen versuchen die jetzt so wie es inoffiziell ein bisschen mitbekommen habe dass die vielleicht eine möglichkeit bekommen wie man weiterhin updates machen kann denn eins ist fakt sollte das nächste update rauskommen und wir können es im app store nicht updaten könnte es tatsächlich schwierigkeiten geben überhaupt weiter zu spielen auf dem apple gerät einzige lösung die bisher sage ich mal fest steht mehr oder weniger ist dass ihr die pc version auf der ich auch gerade zocke weiter spielen könnt das heißt für jeden von euch der die möglichkeit hat ein pc laptop ja zu haben oder zu vielleicht habt ihr ein und habt das spiel noch nicht installiert installiert euch das game ich verlinke euch noch mal hier im ersten link in der beschreibung auf jeden fall den link zum launcher und auch noch mal wichtig da einige das auch glaube noch nicht wissen ihr könnt euren apple account auf dem pc bekommen indem ihr einfach am handy euch einloggt dann geht ihr in die einstellungen rein und dort seht ihr die verschiedenen plattformen facebook vk das ist so russisches netzwerk wo es auch probleme zurzeit gibt natürlich und auch my games ihr klickt dann dort auf my games und registriert eine e mail adresse die ihr habt und sobald ihr mit eurem account eingeloggt seid am handy also mit euren account und dort dieses schaltfläche mit my games aktiviert ist dann könnt ihr euch am pc den launcher runterladen und lockt euch dort ganz einfach mit eurer my games e mail adresse ein und habt dann euren account auf dem pc ist eigentlich relativ einfach gehalten tatsächlich ich glaube mit dem neuen launcher hat es weiß ich nicht der inklusive download hat es zwei minuten gedauert gehabt bis ich ja in meinem account drin war sollte also kein problem geben falls da jemand probleme hat wir haben das schon öfters gehabt im discord haben wir den leuten versucht zu helfen kommt da vorbei schreibt uns an schreibt mich an oder ja vielleicht einen der anderen generelle da helfen wir euch weiter und dann sollte das schon möglich sein dass ihr euren account auf dem pc bekommt aber ich kann es natürlich nachvollziehen sehr sehr schlecht wirklich für leute die nur auf dem apple gerät spielen manche von euch haben kein pc haben kein laptop oder haben vielleicht eins von beiden können dann aber nur abends eine stunde zocken so nach der arbeit wenn mal luft ist ist schon sehr sehr schlechte situation wir müssen abwarten ob google eventuell noch nachzieht und auch ja die apps aus dem app store oder auf den google play store verbannt müssen wir abwarten gibt es momentan aber noch keine information zu stand jetzt steht auf jeden fall fest apple hat rush röer aus dem app store entfernt also bitte löscht eure app nicht wenn ihr die drauf habt und dann müssen wir halt hoffen dass da eine lösung kommt bis zum nächsten update ansonsten sieht es danach tatsächlich ein bisschen kritisch aus und ja müssen wir schauen ich werde euch auf jeden fall auf den laufenden halten sobald es neue informationen gibt bekommt ihr die natürlich von mir gerne auch discord beitreten da gibt es den post natürlich instant da mal eine kleine verlinkung zum offiziellen rush royale server also sobald da news reinkommen werden die auch auf mein server kopiert außerdem habe ich vorhin persönlich den community manager angeschrieben mal sehen wenn der irgendwann antwortet ob der noch zusätzliche informationen hat die ich euch da mitteilen kann stand jetzt ja erstmal ruhig bleiben ist meine devise bleibt ruhig vielleicht gibt es eine lösung vielleicht nimmt apple die sperre zurück früher oder später oder ja vielleicht auch nicht da müssen wir gucken wie es weitergeht pc version auf jeden fall würde ich euch erstmal einen empfehlen euch die zu organisieren wenn ihr es könnt und ja dann hoffen wir natürlich das beste ich bedanke mich erstmal für eure aufmerksamkeit den stream verschieben wir dann auf morgen das stream highlight und ich dachte das ist erstmal heute wichtiger dass wir hier über die breaking news reden die nicht so sehr erfreulich sind aber müssen wir schauen wie es in zukunft weitergeht ja wir sehen uns morgen wieder bleibt gesund haut rein und ciao